Hallihallo, schön, dass ihr dabei seid bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. Ja, heute habe ich ein paar schöne Bilder rausgesucht und es gibt dazu ein paar neue Verben. Das Verb möchten, querer, ist ein unregelmäßiges Verb. Ich möchte, yo quiero, yo quiero. Du möchtest, du quieres, du quieres. Er, sie es möchte, el, ella quiere, el, ella quiere. Wir möchten, nosotros queremos, nosotros queremos. Ihr möchtet, vosotros queréis, vosotros queréis. Sie möchten, ellos quieren, ellos quieren. Das Verb können, können bedeutet poder. Auch unregelmäßig. Ich kann, yo puedo. Yo puedo. Du kannst, du puedes. Du kannst, du puedes. Er, sie es kann. El, ella puede. El, ella puede. Wir können. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Ihr könnt. Vosotros podéis. Vosotros podéis. Sie können. Ellos pueden. Ellos pueden. Mache ich mal ein paar Beispiele mit den beiden Verben. Ich möchte einen Weißwein. Yo quiero un vino blanco. Ich möchte bitte einen Weißwein. Yo quiero un vino blanco, por favor. Wir möchten essen. Nosotros queremos comer. Nosotros queremos comer. So, dann wieder laut wiederholen, wie immer. Und ich danke euch allen und sage hasta mañana. Ich möchte einen Weißwein. Untertitelung des ZDF, 2020